Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah. Ja. Ich guck mir alles an, was ich mir angucken kann. Furchtbares Kabelmanagement finde ich hier schon mal. Working im doppelten Sinne. Sie sind noch funktionsfähig und sie arbeiten. Das ist ein großer Kran. Der steht hier in der Gegend. Oh. Das werden wir gleich rausfinden. Vermutlich nicht, das wird zu einfach. Nee. Das ist Pepsoth. Ich komme hier erstmal oben fertig um. Äh, die bringen hier irgendwelche Sachen ins Auto, aus dem Auto. Kann ich was machen? Hey, Milas. Come in. I'm using an open channel to move first. How's it going? Are you receiving this investigator? Affirmative. Milas, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher ups can do something. Hey! Hey, Mauro! Sit down! Uh, I wish we had secured them better. But back to the matter. Have you found anyone else? One working Arc-10 so far. Several probes also seem to... People, Red Hitcher. Only people matter. I know, the Arc-10 will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for Pepsoth. All right. I'll check the base again. Over and out. Yeah. Come in. I'm moving on. About Pepsoth. There's nothing we can do for him anymore. Over and out. Hey, Milas. I hope you're still within reach. Listen. The Commonwealthers are here. I have one of them. A woman. I doubt she was alone. But I didn't see anyone else. I've already broadcast to the base. Come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. Okay. I think that's enough sightseeing for me. If Milas kept going, so should I. Agreed. Okay. Das nehme ich mal als Zeichen, dass es hier nichts weiter zu sehen und zu hören gibt. Aber der war also hier. Da hat er noch gelebt, um Funksignale zu senden und er ist weiter zur Ausgrabungsstätte. Ich hatte also recht, dass wir da irgendwann noch hinkommen. Der Himmel ist so rot. Wo komme ich hier wieder hoch? Das sieht irgendwie ein bisschen unheilvoll aus. So. Weiter geht's. Das schaffen wir auch noch. Wir haben so viel durchgemacht, wir beiden. . Und wo kommt das elimde? 죠 ? muli 74 75 84 65 64 63 Sonst habe ich eigentlich nicht so Navigationsprobleme, aber in dem Spiel irgendwie bin ich nur verwirrt. Passt ja irgendwie zum Thema. Was ist hier für Spuren? Eine Runde. Das ist eigentlich fast wie von dem Kraftfeld Ding. Äh, rechts. Ah, da vorne ist wieder ein Kraftfeld. Ja. Hm. Ich steig mal aus, dass ich mich ein bisschen besser umsehen kann. Wieder zu Fuß hin? Ich glaube, sonst müsste ich da irgendwie außen rum können, oder? Hm. 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 Es ist immer noch krass, dass diese Kraftfelder einfach durch Stein schmelzen können. Wow, hier sind noch wesentlich mehr als zwei. Hier ist viel los. Ich gehe in. Ja. Ich gehe in. Hier kann aber eigentlich keiner mehr leben. Oh, ich habe so Angst, dass mich hier irgendwas anspringt, dass da doch noch irgendwie einer lebt und mich plötzlich irgendwie greift. Ja. 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 Ich würde wahrscheinlich. Hahaha. Ah. Es ist auf. Die Tür öffnet. Es ist auf. Du hast eine Menge Ausrüstung. Vier Leute. Ich bin gespannt. Das war's. What? His vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness. With no chance of understanding what's going on. Terrible death. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No. It started automatically. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26, time... ...805. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet... ...to find others. Come here as soon as possible. We meet back. Over and out. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26, time is 805. Are you hearing this, sir? Yes. I've checked the excavation area. He's repeating himself. There was no one else. But the recordings... We need help. They're slightly different. That he has memories, we already know. What strikes me, however, is the scale of it. This is Rohitra speaking. If all these recordings have the same content... He's been here for far too long. Far too long not to receive help from Condor. I was looking for others. They were no longer there. I'm afraid there's not a soul here. We're waiting for your support. I'm this damned planet. Except for the three in the cave. Yes, over now. I have a request. Hello, Condor. Let's skip listening to the rest of the recordings. Can you stop them? No way. Time... I'm not going back there. ...806. I've returned... Let's change the channel. ...the excavation site. That I can do. All right. I'll talk to you in a second. They were no longer there. Oh, God, this is right. Much better. Agreed. Ooh. Oh, das ist alles so tragisch, ey. Ich habe hier kaum Zeit, über irgendwas zu reden. Das ist einfach nur eins nach dem anderen. Alter, war dieses Auto furchtbar. Gerade der am Ende, der doch irgendwie so an der Tür hing, als wollte er raus. Kam nicht raus. Aber jetzt gehen wir einfach so wieder zurück zu Rohitra und suchen gar nicht mehr nach dem anderen, oder wie. Gehen wir zu Rohitra. Hm. Einfach mal hier lang. Wir haben ja wahrscheinlich in unserem Hopper genug Sitzplätze, um ihn mitzunehmen. Ich hoffe nur, wir können ihn auch davon überzeugen, dass er mitkommt. Und die anderen auch. Aber was machen wir dann mit ihm? Wir hören ja nicht zu uns. Den anderen irgendwie erklären so, ja, wir haben eure Leute gefunden, sie sind ein bisschen wahnsinnig geworden. Aber unsere auch, das macht gar nichts. Ihr könnt das hier wieder haben, gratis als Geschenk mit einer Schleife drum. Oh, ich soll aussteigen. Dann steige ich wild aus. Oh. Okay, da ist noch so ein Kraftfeld-Ding. Einige Antimats. Da ist noch so eine fliegende Untertasse. Kriegen wir jetzt eine zum Fliegen? Letztes Mal hieß es doch irgendwie, wir sind zu lebensmüde. Okay, buddy. Where are you hiding? He's near. Wie ist er überhaupt hier hingekommen? Vielleicht ist es ja gar nicht Rohitra, der die je geschossen hat. Wir haben ja nur gesehen, dass irgendwer die geschossen hat. Vielleicht ist es der andere Typ, den wir suchen. Ich habe mich verloren. So, schnell. Wo sind sie? Sag mir, was ist passiert? Jasna, du musst dir sagen. Das war Milos und Crew. Ja. Ach, über ein Jahr. Ach, über ein Jahr. Wir haben ein Problem. Wir kommen jetzt. Jetzt? Ja. Es ist in der Zeit. Copy das. Ist das eine von dir? Was will er? Das ist unser Astragator. Er ist uns über die Flüge zu kommen. Quick! Geh uns zu der Hideout! Jetzt! Geh! Kann es durch die Force-Field? Hey! Hey! Was sollst du machen? Ich bin fertig. Es ist nicht mehr notwendig. Es ist kein Mensch, Oh! Höch! Schießt jetzt einfach drauf? Wir haben hier einige Anti-Mats. Also ziele ich jetzt für die Andi-Mats? Ich hoffe, die richten sich nicht gegen uns. Ich dachte, dass ich jetzt hier auch noch irgendwo schießen muss. Ach du Scheiße. Hilfe. Ich weiß nicht, ob das irgendwas macht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Ich habe hier genug grünes Licht. Jetzt formen die auch nur irgendwie Cluster. Was ist das hier? Warum ist das plötzlich alles so anders? Was ist das plötzlich ein Shooter? Was ist das? Was soll ich tun? Komm schon, woher zu schießen? Das ist nicht so einfach. Es ist zu viele Menschen. Sie schießen sie. Komm schon. Oh Gott. Es klappt doch. Oh Gott, das ist wund. Ah. Epilepsi. Ah. Epilepsi. Oh Gott, ich gebe nicht auf das Selbstpfeifen, wie wir es wollten wegrennen. Ah, hör doch auf damit. Das ist nicht schon irgendwie weniger? Da kommt mir schon weniger vor. Oh Gott, was ist hier los? Ich will doch nach Hause. Wo sollte der hin sein? Wird er in das Flugzeug gestiegen? Wird er in das Flugzeug gestiegen? Wird er in das Flugzeug gestiegen? Ja, das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Wir müssen gehen. Aber woher? Ist das nicht klar? Kondor. Du hast eigentlich nicht jemanden auf dem Flugzeug zu überleben. Du? Ich bin nicht so nahe. Ich brauche den Kondor selbst. In order... Wir haben das ganze Arsene von unseren Flugzeugen in unserem Haus. Wir werden jetzt verlieren. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht geben können. Wir werden die Cyclops rauskennen. Cyclops? Das ist ein Kodename für... Es ist eher ein Moniker. Für eine 80 Tonne Maschine mit Feuerkraft, über alle Antimates kombiniert. Wir benutzen sie in Temperaturen von hoher Radiation, Contamination, enormes Pressuren und Temperaturen. Aufgrund der Interferenz des Flugzeugen, es fliegt ein paar Meter über dem Boden. Also, es geht nicht auf die Erfache. In addition zu der Flugzeugen, es hat eine Antimatesmere für Blaster. Und es hat die Erfache, die die Erfache, die Erfache, die Erfache, in unserem Haus. Defeatung ist nicht eine Option. Warte! Du hast nicht genug. Es ist vielleicht Zeit, zu entfernen und nachdenken, andere Optionen. Du musst dich blöchst. Ich werde nicht auf meine Arsch, in der Nacht. Jetzt, dass ich endlich weiß, was passiert. Ich sehe, dass du nicht zuhörst, zu mir. Denn es gibt nichts, zu sprechen. Ich gebe dir eine einfache, Jasna. Sie gehen oder nicht? Gehen wo es kann, Wasser, Medizin, Ressourcen, oder bleiben hier zu sterben. Wow! Such ein schweres Wahl. Ich hoffe, ich werde es nicht vergessen. Too bad, du nicht erwähnt, dass du eine Working Saucer warst. Wir können nach Condor direkt weg, oder sogar in Orbit. Working ist eine große Worte. Es ist nur ein Tin Can mit ein paar Sputtering Ingen. Aber das ist nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ein Moment. Ich werde es warten. Die Kraftstoffe zu schließen. Das sollte bald sein. Das ist bald. Das ist bald, das ist egal. Also dringend, es tut man. Also dringend, es tut es nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm das so recht abkaufe, aber okay. Damn. Ich bin sicher, dass du einen in der Kommandbranche findest. Ich find das Radio. Kein Problem. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich ist es spät und eigentlich müsste ich aufhören aufzunehmen. Aber ich hab halt auch das Gefühl, das Spiel geht nicht mehr lang. Weil ich das Gefühl eigentlich auch gefühlt schon seit über eine Stunde hab. Aber ich will halt auch irgendwie nicht aufhören. Das ist so spannend. Ich glaub, das ist jetzt hier gar fertig. Ich hör hier nicht auf. Ich mach hier weiter. Hm. Ah. So that's their marvel of military technology. Rachel waste no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he thinks? It's floating majestically, three meters above the ground. Ah. What does it look like? I must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. For a machine of destruction. Quite inconspicuous. Quite inconspicuous, I'd say. Sort of like a massive, heavily armed spinning top. Spinning top? Huh. That's unexpected. If only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yeah. Yes, yes. Another time. Maybe to focus on finding Rahitra. Suppresses warlike tendencies. Well, I can see here. This looks like some cool thing. I'm going to look at the camera. I'm going to look at the camera. I'm going to look at the camera. aber ja das ding ist von recht beeindruckender größe irgendwie kann mein gehirn nicht so ganz erfassen wie riesig dieses ding eigentlich ist die sind echt viele fahrzeuge und antimat sind alles mögliche noch das ist das hauptschiff mit dem sind die hier angekommen aber es sind trotzdem irgendwie alle tot das heißt auch irgendwie da drin müssten eigentlich alle tot sein oder zumindest keine ahnung hat sich keiner gewundert warum das flachschiff nicht zurück kommt oder kommt deswegen die invincible irgendwie demnächst an naja wir müssen hauptsächlich ruhig drauf halten weil es letztendlich einen fliegenschwarm bekämpfen ist egal was du für einen großen laser hast weil mit den ganzen büschen die hier noch überall gewachsen sind das sind so viele davon kriegst du nicht los einfach weg hier und fertig die 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 Hmm. Aber warum war die Condor halt hier überhaupt? Ja, um irgendwelche Sachen abzubauen anscheinend. Das heißt, wir sind hier nur hergeflogen, um zu gucken, was die Invincible will. Und die Invincible wollte eigentlich nur die Condor wiederholen. Ist auch meine Frage beantwortet, ob sie ihr Flaggschiff nicht errufen müssen. Kein Zurück mehr. Vermutlich literally. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020